Die Donnersberger Brücke ist eine Straßenbrücke in München über die Gleisanlagen zwischen Pasing und dem Münchner Hauptbahnhof. Sie ist Bestandteil des Mittleren Ringes. Lage Die Donnersberger Brücke ist Bestandteil der Westtangente des Mittleren Ringes. Die Trappentreustraße führt von Süden kommend auf die Donnersberger Brücke, die, nachdem sie die Landsberger Straße, die Gleisanlagen des Bahnhofvorfeldes des Hauptbahnhofs und schließlich die Arnulfstraße überquert hat in die Landshuter Allee mündet. Somit verbindet die Donnersberger Brücke die Stadtteile Schwantaler Höhe im Süden und Neuhausen im Norden und liegt rund zwei Kilometer westlich des Münchner Hauptbahnhofes. Geschichte Als erster Übergang über den Gleiskörper wurde 1874 ein eiserner Steg für die Arbeiter der im selben Jahr fertiggestellten Zentralwerkstätte München errichtet. 1900 wurde anstelle des eisernen Stegs eine einfache Straßenbrücke errichtet. Sie verband die Trappentreustraße mit der Donnersberger Straße, die wiederum im Rotkreuzplatz mündet. 1912 wurde das markante Hauptzollamt mit einer auffallenden Glaskuppel über einem 180 Meter langen Lagerhaus errichtet und diente fortan als Landmarke. An der Brücke Im Zuge des nationalsozialistischen Ausbaus der Stadt München wurde auch die Donnersberger Brücke neu errichtet und am 18. Dezember 1935 eingeweiht. Dieses Bauwerk ist als westlicher Mittelteil noch Bestandteil der heutigen Brücke und kann aufgrund unterschiedlicher Auflager- und Trägerformen späteren Neubau von unten gut erkannt werden. Nachdem Mitte der 1960er Jahre der mittlere Ring geplant wurde, wurde bald deutlich, dass die Westtangente mit der sehr gut ausbaubaren Landshuterallee eine entsprechende Fortsetzung Richtung Süden benötigt. Die in direkter Nachbarschaft befindliche Donnersberger Brücke sollte also durch einen Teilneubau ersetzt werden. Wichtigster Unterschied zur damaligen Brücke war neben der fast dreimal größeren Breite die Verschwenkung des nördlichen Brückenkopfes von der Donnersberger Straße zur weiter östlich parallel verlaufenden Landshuterallee. Das ist auch der Grund, weswegen die Donnersberger Brücke heute nicht ihren natürlichen Weg geht, der in die Donnersberger Straße führte, sondern einen kleinen Schwenk Richtung Ost-Nordost macht. Damit wurde der Versatz des mittleren Ringes an der Arnulfstraße beseitigt. Im Oktober 1969 war Baubeginn, der Bau erfolgte während des laufenden Betriebs von Eisenbahn und Individualverkehr, nur die Trambahn über die Brücke wurde 1971 endgültig eingestellt. Somit mussten viele Arbeiten, vor allem das Einsetzen der vorgefertigten 44 Spannbetonträger, nachts durchgeführt werden, da dann die Oberleitung des Bahnhofsvorfeldes des Münchner Hauptbahnhofes abgeschaltet werden konnte. Für den Bau der Rampen waren größere Abbrucharbeiten von Wohnhäusern notwendig, vor allem in der Donnersberger Straße, der Landshuterallee und an der Westseite der Trappentreustraße. Die Arbeiten dauerten bis Mai 1972 an. Damit war die Donnersberger Brücke als letztes Teilstück des mittleren Rings rechtzeitig für die Olympischen Sommerspiele 1972 fertiggestellt. Die enormen Belastungen durch Individualverkehr setzen der Brücke zu, sie musste mehrmals saniert werden. Technische Daten 1972 Profile Trassierungselemente Bauwerke Massenfahrbahnspuren Die Donnersberger Brücke besitzt zwei getrennte Fahrbahnen mit je vier Spuren. Daneben sind unter anderem die Arnulfstraße und die Landsberger Straße mit Rampen an die Donnersberger Brücke angeschlossen. Ausbaumöglichkeiten Die Planer der Donnersberger Brücke haben zwei Ausbaumöglichkeiten vorgesehen. Auf Höhe des Hauptzollamtes München wird die Brücke einige Meter breiter. Hier sollte in einer weiteren Ausbaufase das Brückenbauwerk in die Treppentreustraße über den Heimeranplatz. Die Gleisanlagen der Deutschen Bahn AG bis zur Garmischer Straße verlängert werden, spätestens nach der Eröffnung des Trappentreutunnels 1984 in der Form nicht mehr notwendig. Die Südrampe ist verschiebbar. Bei einem Entausbau wie oben beschrieben kann sie der Länge nach halbiert und an den besagten Ecken angesetzt werden. Zwischen den Rampenhälften müsste dann das neue Brückenbauteil für die Verlängerung gebaut werden. Punkt Verkehr Die Donnersberger Brücke gehört zu den meistbefahrenen Strecken Europas. Daher ist die Belastung mit Feinstaub, vor allem aus älteren, mit Diesel betriebenen Lkw es jenseits der erlaubten Werte. ÖPNV An der Donnersberger Brücke befindet sich der Bahnhof München Donnersberger Brücke, der von der S-Bahn München und der Bayerischen Oberlandbahn bedient wird. Auch MVG-Buslinien bedienen die gleichnamige Haltestelle auf der Brücke. Einrichtungen in unmittelbarer Nähe In der nächsten Umgebung der Donnersberger Brücke befinden sich folgende Einrichtungen. Öffentliche Einrichtungen Hauptzollamt München Gewerbehof Westend, UA mit der Film-Koop der Münchner Filmwerkstatt, Bauwerke Central Tower München, Deutsche Bahn AG, Betriebszentrale München, der DB Netz AG, elektronisches Stellwerk U, A, der S-Bahn Stammstrecke. Verschiedene Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn im Gebäude der ehemaligen Bundesbahndirektion München, Vorstellgruppe Nord und Vorstellgruppe Süd, die zwei Abstellanlagen des Münchner Hauptbahnhofs. Bedeutung des Namens Die Donnersberger Brücke wurde zusammen mit der Donnersberger Straße nach Joachim Freiherrn von Donnersberg, Geheimrat und obersten Kanzler des Kurfürsten Maximilian I., benannt, der aus dem Münchner Patriziergeschlecht Donnersberger stammte. Daher ist der Name der Brücke nach den Regeln der deutschen Rechtschreibung auch zusammen und nicht getrennt zu schreiben. Trivia Willi Astor hat die Donnersberger Brücke in seinem gleichnamigen Lied Donnersberger Brücken als Golden Gate für Arme besungen. Von 2005 bis 2010 setzte sich der Münchner Kulturschaffende Sebastian Pohl aktiv für die Freigabe der Wandflächen unterhalb der Donnersberger Brücke, für Graffiti ein. Ab 2011 wurden große Teile der Brücke mit Unterstützung des städtischen Baureferats und der Stadtsparkasse München mit Graffiti besprüht.